Formel 3 Schumacher holt erste Pole Position in Spielberg Mick Schumacher beherrscht die Formel 3 derzeit offenbar nach Belieben Im ersten Qualifying auf dem Red Bull Ring in Spielberg, Österreich holte sich der Sohn von Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher zum dritten Mal in Folge die Pole Position Mein Auto ist super, wir sind in allen Bedingungen wettbewerbsfähig, sagte Schumacher Egal, was am Samstag für ein Wetter ist, wir werden alles geben, um den Sieg nach Hause zu fahren Der 19-jährige Schumacher fährt für das Prima Team momentan seine zweite Saison in der Formel-3 Europameisterschaft und hat nach hervorragenden Leistungen in den vergangenen Wochen sehr gute Titelchancen Am Nürburgring gewann Schumacher zuletzt alle drei Rennen des Wochenendes, nur noch drei Punkte trennen ihn vom durch Red Bull geförderten Spitzenreiter den Tiktum aus Großbritannien Damit scheint Schumacher eine Hürde auf dem angepeilten Weg in die Formel 1 schon aus dem Weg zu räumen Mit einem Ergebnis unter den Top 2 im Endklassement dieser Saison hätte er schon in diesem Jahr genügend Punkte für die Super-Lizenz gesammelt, die für den Sprung in die Königsklasse Voraussetzung ist Und das war die Wetter ist, dass es die Blum in die Königsklasse Voraussetzung ist eine nghedebitatung des pronouncedes Setz, die für die Königsklasse Voraussetzung ist und die Flur flogher-Klasse-Voraussetzung ist die Stadtseitekivalen Doppel-Co-Voraussetzung ist